Die Kirche ist in der Kirche, in der Kirche ist in der Kirche. der heilige Weg, der der Herr Wäusow, was wir können sagen, Bruch Haare Davir, Rav Haagudel, Rav Azriel, Tobe, Segezahlt, Glebrüche, was jeder eigentlich denkt, was ständig hat uns alle Jungen im Kasse gewesen, in der Dippe-Gloss-Dorf-Winds eine größere Spur verlangt, was es in der größeren Spur, in dem Schiss soll dann die Schierhandnacht, und in dem Schiss haben wir alle Zäugern zusammen, wie Kuh für die Bühnebäse-Michter ist beim Heiligen Meinen und Meinen. Jetzt haben wir die größte Schierhandnacht in Kuh zu Futschstellen, für Rav Haagudel, weil Tobe, Segezahlt. Ich bin sehr gehalten, aber ich stehe von der ganzen Kuhschenbeheulem, in der nächsten Schäuhe von der gewaltigen, gewaltigen, irgen Schier teure, als auch der Bütze teure, an so vielen Tausenden und Tausenden Schieren in meinen Schuhen. Es ist ein gewaltiges Schiez, keine Steine zu tun, das immer in der Fliege geht, es hat gesagt, dass alle nicht mehr so wie Meuri, die Bäsil, bei der Haare, in der Reihe, wie ein Wege geben, sein ganzes Leben von dem. Ein Wege, mein ganzes Leben, bescheiden wir immer Schmur, sein Keur, sein Zart, sein Geld, ein Reingegossen, was wir kennen als Busche, zu Lebengeschmack, zu Leben richtig, zu Leben wie deinem Willensommerlebens. Das ist auch, wie wir die Trilletten gehalten, wenn er hielt. Die Trilletten gehalten werden, und die anderen sagten, die vermoogte Sachen, verschiedene Hasen mit Sachen, vermoogte Sachen und alles. Er sagt, dass es so viel zu erleben ist, life is so short. Er sagt, dass es so viel zu erleben ist, das ist ungemein alles. Er sagt, das Leben ist im Ziel kurz, sie enjoyen so viele Sachen, es ist gerecht. Weißt du, was ich gemeint? Aber in unser Leben, da habe ich das nicht gegeben, ein rechtes Leben, und es dauert so viel, und es dauert so viel in unser Leben, es dauert so viel in unser Leben, der Heilig, was man geschieht auf einem Zettel, die es gab, und es gab, im Buch HaShem, es gibt alle meine, ups und downs, und alle Challenges, es gibt sich mit, es gibt genug, ein einzelner Geheimnis zu holen, bei uns alle. In der Herkunft, im Buch HaShem, sie bewahrt so viel, die Woche, in der Woche was, was, man lebt alle Masse bei uns. Und alle Zettelung, kochen sich auch immer in dem Stark, der Geheimankudate und auch. In der ganzen Membias, die Zettelung, die Jeden ist das noch nicht wieder zu sein, als Opi-Pashtus, es gibt nicht die Puszhets, es gibt keine Schaar, als Opi-Pashtus. Alles ist gewohnt, und das war jetzt die Kladder wurde angespflanzt und die geflanzte Menschen und das war ihm noch von früher Heiliger Ponem Jufus schrabt und sie fiel auf der selben Weg sie fiel mit noch Sachen nach ihm die ganze Zeit und wir sind alle mit dem und wenn wir mit Heiligen noch schönes werden, was kommt jetzt die Uhrzeit kann er noch warten bis beide die Säder waren Die ganze Zeit von Jiedern und Mitzray, bis Aran und Ghoulis Aran, die ganze Tage gewöhnt, dass sie eine gute Verhandlung ist. Die Menschen sagen das noch, aber so ist es da, ich sage das viel auf die zwei Wochen, ich verstehe das jetzt in drei Wochen, es kommt doch bald gut auf. Und man sagt, dass du von den zwei Wochen mit dem Ghoulis eine ausgeplante Sache sagst. Sie sagen, du Aran jetzt mit allen Nationen, das ist nicht so, dass sie geschehen. Sie sagen, alles sie gewöhnt, pre-plant, master-plant, ausgeplant, pinkelig, jede Breckel, wie lange sie darf sein, und auf jeden Mensch, wenn wir später umkommen, auf jeden Mensch persönlich, jeder Durchgang, jeder hier, ist ausgeplant, pinkelig. Und wenn man hier in so einem kleinen Leben hat, das heißt, der Tag ist jetzt, wenn man hier vorstellt, dann sagt man, verstehe ich nicht, Jiedern sind nach Russen mit Schreien. Jeder weiß, man weiß, wenn man nach Sitz, man verzeihlt, er zehnt, mach es, was gibt, alle Möder, die genießen. Auf dem Haus gehen wir einfach mit Schreien, ob man nicht auf den Zehn machen kann, ob man nicht auf den Zehn machen kann, ob man nicht auf den Zehn machen kann. Ein Schuh für ein Maches, das ist nur noch. Ein Schuh, wo es keiner kennt sich, schreien. Jeder nimmt die Schweden in die Hand und darf schon rausgehen. Ich meine, das ist ein... Dewey, also alle bei Heimisch kennen dich sterben, kennen dich alle mit zum Machet sterben. Ich meine, das hat uns gefehlt. Er sagte, dass ich dich puste, als ich die ganze Sache gewöhne, von uns, ins Aran zu bringen, ins Aran zu gießen, ins Mördige, Mördige, die Küche, auf der Oma, ja, das ist das, das steht jetzt, ein paar Tausend Jahre später, man hält jetzt 334 Jahre noch mit Schreien. Jeder sitzt nach der Hand, du, Gules, 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 wir sitzen in Amerika. Und man lebt, und man geht hin, und man sieht nur, sie wachsen, sie steigen, das ist nur von der Küche, das ist gepflanzet worden. Durch die Zeit, die Menschen noch mal zu machen, so, in der Möschel, Soppen sind Blessed, aber diese Menschenbestenne, die Menschen in Amerika stregen, die Menschen aussieht jeder Zeit zu machen, immer wieder übern guessed structur. しかも immer noch Zeit zu machen, erinigt die Menschen ab und von derτι attempts an den maken, du verscheidst eiegli, mit dem... DaIG wurde gesagt, anytime die Menschen richtiglos werden, jetzt kommt der�ook gegenüber Kick, und alle Hanker übernacht werden, gegenüber diesem Gedanken, in einem Jahr einmal und духовverucci, diearchiempo ist mittel. Und dann dachte ich mir, dass sie damals gewöhnt haben und dann dachte ich mir, dass sie damals gewöhnt haben. Ich dachte mir, was ist verkehrt. Die ganze Sache gewöhnt. Man dachte, der Tag ist jetzt. Da hat man dann landet, in Ungarn, jeder Land hat die Armee. Er hat die größte Militär. In der USA, in Amerika, in der USA hat zwischen 1,5 und 2 Millionen Soldaten, was die Amerika vermogt. Sie können durch Training, durch Heavy Training. Und dadurch, man sollte eine Panik sein, durch Training zu sein. Ich hatte keine Schuld. Ich hatte immer noch nicht, dass man das ganze Tag stammt hat. Ich dachte mir, dass wir immer wieder an der Schiffe waren, und ich mache sie zu Dingen. Die Armee ist die Unterwachsener. Ich habe immer noch nicht die Armee gewöhnt. Ich habe immer noch nicht die Armee gewöhnt, sondern sie können sich nicht zu tun. Ich habe immer noch nicht die Armee gewöhnt. Ich habe immer noch auf die Armee gewöhnt, Ich habe mich nicht mitgenommen. Ich habe mich nicht mitgenommen. Ich habe mich nicht verstanden, weil ich nicht mitgenommen habe. Ich verstehe mich nicht mehr, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, was ich nicht erwähnt habe. Wir waren auf Hecherich, auf General. Wir waren hier ein... Ich hatte etwas aggressiveres Posten. Ich war in West Point nicht so weit weg von Mansi. Ich war in West Point, da war ich nicht in den Arm. Ich gewann noch bei der Schiefe, dort zu Hause, in der Arm zu gewann. Ich habe mich nicht mehr als wenn ich das weekend aufgewandt. Ich habe mich nicht mehr als ich in der Schiefe. Als ich mitgekommen bin, dann ging ich da hin. Ich ging in Basile in West Point. Jetzt ist es ein bisschen tiefer dort. Ich weiß nicht, dass ich da vorhin bin. Nichts normaler Menschen. Normalerweise stehen sich an der Lehmung. Keinen Kriegen auf der Grude. Nein, ich weiß nicht. Kriegen auf der Grude Wind. Man kriegt auf der Grude Wind. Ich weiß nicht, dass ich nicht schiebe. Ich weiß nicht, dass ich nicht schiebe. Ich weiß nicht, dass ich nicht die L Tage getragen soll. Ich weiß nicht, dass ich nicht da bin, ich weiß nicht. Aber es wird 150 Jahre alt. Er hält sich daran, dass alle Abenteuer wecken. Die Beginner, die sind immer noch gerecht. Die haben aber noch Preise. Die haben immer noch Preise. Aber ich weiß nicht, dass die Beine Savior keine Preise... ...hierst die Ausdruck heruntergehen. Das war eine kleine Verröpfung. Dann bin ich anspricht. Was ist das denn? Ich komme zu Hause. Wie sitzt ihr? Wies 나는 sich an Armi-Basens anzForm. Das ist schon vezes der Training- Wenn sieВ Ending awkward woman sind Momo. Ich λέute Mit Mein antes Da ist der Mensch erholt eine Sache Das heißt Wir kennenissaverse Das lernt 불kommen Da ist man am Training cours Dann ich gleich Training Die Iker ist die treine Soldaten. Ich meine, ich meine, ich mache es bei Mohammed. Ich meine, das ist das. Ich meine, das ist ein Ami Saivi. Die erste Verstand ist sicher. Die Iker ist die gewinne mit Mohammed. Die ganze Training, die ganze Sache ist auch gut für Demos. Das ist auch gut für Demos. Ganz Mitzrayim. Aber das ist durchgegangen, die schwierige Sachen. Es ist nicht ungewöhnlich für Demos, denn die ganze durchgegangen sind alle Menschen mit Masuas. Alle Menschen mit Masuas. die Schmerz nicht nicht verstehen. Aber die Menschen wohnen, sondern die Menschen mit Schmerz, und die Menschen mit können brauchen, eine bisschen verstehen. Aber die Menschen mit Masuas haben sie money oder auch nicht vornes gefunden. Wir kennen manchmal das von ihnen, die Sprechen von ihnen zu tun. Die Sprechen sind fertig. Ich weiß, dass die Menschen mit Mitzrayim sind. Aber das ist gespeises Demos. Die Mitzrayim sind in der Moscheng. Aber die Menschen kritisieren, die sich die Menschen mit Mitzrayim sind. Die Menschen mit Mitzrayim sind. Die Menschen mit Mitzrayim sind gesehen. Alles. Man hat gesehen. Wir sind gestanden bei der Vakzina, mit Orga Mahmoud Arsina, in Spetikim Tamas. Wir kennen das Masbuzan tiefer und tiefer, ob es ist, wie der Cipher Leschum, von Baal Leschum, der Kabule Cipher. Ich schraubte, wie viel mit das Masbuzan soll man nur gedenken? Nein, ich sage. Alle das Joines von Midwir, alle das Joines von der Membeis Masu. Es ist gegangen, es ist zurückgegangen. Wo ist er noch gewesen? Ich habe gesagt, dass er keine Vorschläge der Geburt bei die Sommel-Zeit hat. Ich sage, ich sage, es ist ein kleines Nes vom Kris sich und es ist ein kleines Mon. Es ist ein kleines Nes vom Wasser, von der Meimerie, das ganze Wasser von der Stein. Die geäußte Nes war kein Anz an als alle das Joines, die Menschen mit dem allein mitgelebt sind, die Sommel exaktioniert noch als das. Ich sage es, dass es in den Nissen ist, weil da ist es herangelegt und damals jede Mien-Schwierigkeit, die sich noch machen kann in der Welt. Und in den nächsten tausend Jahren, jede Mien-Schwierigkeit, die sich noch kommen kann, ist es auch klar. Also wenn wir in der Training gehen bei der Armee, dann haben wir es gemacht, mit der Geben dort, als Soldaten, jede Mien-Challenge. Die Menschen machen Griechen und denken, alles was anders an. Danzen, springen, laufen, schlufen, nicht schlufen, was anders an. Die machen dadurch jede Mien-Schwierigkeit von uns. Wal soll angepflanzt werden und in der Geur ist alles kennen bei Wal. Später wird es kommen. Wenn es das dafür nützen, soll er das keine nützen. Die Menschen, die ganzen Menschen der Masse, haben sie gepflanzt. Jede Mien-Schwierigkeit was anders an. Jede Mien-Schwierigkeit. Hallo, von overlayern. Wenn ihr euch das schreibt, dann ihr wollt, was ihr euch wollt. Das war eine sehr starke Sache. Jan, ihr wollt euch vorhin? Jungs, was ihr euch wollt? Die Frage ist, dass ihr euch wollt. Das ist ein ganzes Fück. Die Frage ist, dass ihr euch noch gehalten habt, das war immer noch in den letzten Wochen. Die ganze Sache, ihr seid auf den Ratschen. Ihr habt euch schon gesehen, ihr habt ihr euch gehalten. die Maus weiß es, dann machen wir sie noch. Noch eine Maus, mit einem Spalt mit der Maus. Ich wollte Ihnen sagen, das ist der Maus der Maus, wenn wir die Maus singen, dann kommen die Maus, und wir haben den Maus ganz klar, wenn sie uns singen. Oh, sie ist ein Maus, wenn ich sie. Weil wir uns nicht singen, wenn wir die Maus singen. Wenn ich die Maus singen, ist das doch der größte Geschenk. Es ist doch der größte Azu, endlich! Jetzt, die Maus aus dem Maus steigt und singen. Wenn ich die Maus singe, Wie gesagt, wo ich mir am Tag gehört habe, wir sind sicher hier mir immer wieder ein Kind, aber man singt nicht, denn man hat ja immer mehr gehört, man hat das gewöhnen, aber man sagt so, naja, wenn man andere Papa bringt, und dann sagt man, wenn man es so wie es wieder anruft ist, Wenn das Gefühl für den появlässchen ist, dann sagt man das Ganze auftaucht, in der Nähe Welt. Bescheuze mit Zarrus für Mitzrayim, aber er hat sich gefreit, es gibt noch gefeuert, er hat sich gefeuert, aber er hat sich gefeuert, er hat sich gefeuert, weil die Zippe verstanden von dem, ich meine, ich kann euch haben, wenn ich rausnehme von dir, und jetzt denken wir noch gefeuert, es hat sich gefeuert, aber er hat sich gefeuert, weil man sollte noch gebeten, wenn ich nehm euch, next time, please, legen Sie sich da an, und nehmen Sie sich raus. Und wir sagen, freilich nehmen Sie sich raus. Aber wir haben uns gefeuert, wir haben uns gefeuert, das war nicht alles, wir haben gemeint, dass ein paar oder Paar nicht war, sie haben uns gefeuert, sie haben uns gefeuert, aber wir haben uns gefeuert, weil uns die Wirklichkeit ist, wie wir das alles verstanden haben. Euch war das so, dann habe ich gefeuert, das habe ich gefeuert, und ich habe gesagt, heute Morgen in Wendelsburg ich hatte Jürgen zum Gebäude und habe uns gefeuert, Ich kann es bald ausrechnen, weil es so ist, wenn man zum Schwarzen-Präsident, Jürgen Hoidoy, sie lebt nach Hause. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich gehe zusammen mit ihm. Samen mit Mr. Abame. Als sie an den Jürgen waren, haben sie gewonnen. Die Jürgen waren geboren. Die Jürgen waren geboren. Man hat eine von den Spitälern, die geboren werden. Die Geboren waren die Kinder. Als die Kinder in Geboren waren, haben sie gesehen. Das Team hat gesehen, dass das Herz war. Das Herz war nicht okay. Man hat alle Tests gemacht und alles. Man hat gesagt, dass die Kinder sind schlimm. Die Kinder sollen dort leben. Das Herz war nicht okay. Wenn die Kinder zu leben, haben sie auch eine Operation. Mama ist in der nächsten Purschuh. Die Kinder können dort eine Operation in der nächsten Purschuh machen. In der nächsten Purschuh machen. In der nächsten Purschuh. In der nächsten Purschuh haben sie die Möglichkeit für eine Operation. Die einzige Platz, die ich in der nächsten Purschuh machen kann, für ein paar kleine Kinder, ist in Kolumbien. In Kolumbien. In Kolumbien ist das nicht. In der nächsten Purschuh machen. Die Kinder sind in der nächsten Purschuh machen. Wenn sie in Kolumbien sind, dann steckt sich die Masse in der nächsten Purschuh. In der nächsten Purschuh machen. Die Kinder sind in Kolumbien. Die Ambulanz kennen sich auch. Wenn die Ambulanz mit den Sarins fahren, dann kann sie nicht mehr Platz machen. Dort ist es unzuwünschbar. Man muss es nicht mehr machen. Man kann sich nicht mehr machen. Man kann sich nicht mehr machen. Es ist alles gepackt. Man hat sich nicht mehr verbunden. Man hat schnell zusammengebracht, zwei Dokteuren mit der Ambulanz Special. Man wollte ein Kind aus dem Masse. Man muss mitfuhren, eine ganze Menge ein Team mit diesem Probieren zu machen. Und dann haben wir nicht in Kolumbien, da sehen wir mit der Sohnjugend. Man muss es einfach durchführen, und man macht eine Einschübung, zwei, drei bis, mit den Kindern in der Ambulanz und der Pflicht, die halte Jahre sind. Die halte Jahre sind nun gespart. Die Polizei hat mich nicht raus, es ist nun gespart, wo sie sind. Der Präsident muss heute sein. Von den anderen Nationen kommt. Er hat gesagt, das ist nun gespart, Das war der FDR, also wenn er mit dem Helikopter kommt, da sollte man ihn gleich kennen, eskorten bis dahin. Es ist genug gespart, wir sind alle mit Peter Dorrit, wir haben uns herangeholt, er hat sich herumgedreht, er hat gefahren, er geht es bei der nächsten Platz. Es ist gelungen, wir haben Aschara Dorrit, zwischen zwei Barricade, dort mit dem Planeten, wir haben Aschara in der FDR, und der FDR ist leider der reiche Loch von Eichu, der Dorrit geschnitten in der FDR in sechs, sieben Minuten, umgekommen kein Kolumbien, hat uns geklappt, offen nicht. Das ist eine lange Abredung. Ich werde mal sagen, ich finde nicht später, ich bleibe nicht, ich wollte das nicht machen. Zehn Minuten später, das ist gemacht, das Kind geht, ein Kind läuft und läuft, es hat sich geteilt, es hat sich schon immer so viele Dinge gemacht, es hat sich nicht nur geschmiert, es hat sich nur gegessen, sondern er wurde geschmiert, der Präsident meinte, dass er hier in Amerika, er kommt, kam man in den Nachrichten, weil die Niederlande in die Nachrichten war so ein Meeting, er meinte, er kann man raten, er ist ein Kind, du bist so süßig, du bist so süßig, du bist so süßig, Aber jeder weiß, was er weiß, dass der Präsident nicht den Präsidenten zu retten kann. Das ist nicht. Jeder will, dass ein Gebäude wie eine Kinderlechtigkeit ist. Man soll nicht davon kommen, dass der Präsident nicht zu retten kann. Mein Gefühl ist, dass er seine retten kann. Aber er schockt noch. Sollte er sein, was er. Weil er schreibt, dass er seine retten kann. Aber er kann mit diesem Tipp noch... Normalerweise, ich meine... ...dann er ist ein Kriess Yamser. Bevor die Schäfer die Menschen, die sie sich überwunden, die sie sich überwunden haben, die sie sich überwunden, die sie sich überwunden. Da ist er alles getrunken. Sie gehen von der einzige Mal, zwei Malen, die sie sich überwunden, die sie sich überwunden, dann gehen sie auf andere, dann gehen sie zu. Aber sie werden mit dem Zier, also man hat den ganzen Bild geöffnet. Man hat gesehen, gesehen, und gesehen, und gesehen, das ganze Bild und man hat gesehen, in diesem Film, man hat gesehen, die ganze Zusammenarbeit noch nicht gesehen, Und man hat gesehen, jede Maschine laden nicht immer ins Reim, das ist eine sehr richtige Sache, dass sie gewünscht haben. Sie kennen es besser. Die Leute haben es direkt, wo das Haus ist. Sie haben es gesucht, als sowas hat sie geöffnet. Sie haben es gesehen alles. Haben sie gesucht, das ist, das haben wir uns verdient mit ins Reim. Die Leute sagen, das ist schwierig. Haben sie gesagt, dass wir gleich zurückzugehen können mit ins Reim. Jetzt, sie laden kein Heim oder kein Heim. Sie haben es gesehen von den Augen, auch wenn sie gesucht haben. Weil es gesucht ist, dass sie gesucht haben. Sie haben gesucht von der Umar-Oieuf, von der Erdeuf, von der Asik, von jeder Sache. Sie haben gesehen, was jeder ist so und jede Schwierigkeit, die sie mitbringt. Sie haben gesucht. In diesen kleinen Tag, der Heiliger hat sich selbst versucht, auf die Horde der selben Wert, die in Emerson, in seinem Leben. Jetzt haben wir das Gefühl, was in seinem Leben ist. Der Leben in der Gazag-Puzzle. Jeder Mensch sagt, es ist einer oder so, einer oder so. Die selben Sprache, andere Sprache. Man hat sich bewusst, man geht als dadurch. Man sagt, es hat sich kein Schimpfschat. Es hat sich kein Schimpfschat. Es hat sich kein Schimpfschat. Man weiß nicht, in seinem Leben, in seinem Leben. Man weiß nicht, alles hat er pinkt. Es ist ausgerechnet. Es hat sich kein Schimpfschat zu bieten. Aber ich sage, es ist ein Schimpfschat zu bieten. Und die Menschen sagen, dass sie die Menschen auf dem Gesicht kommen, sie sagen, dass sie einfach, ein bisschen später sagen, sie sagen, das ist nicht dass sie. Der ist die Menschen, sie sagen, an mich, nicht, dass es mit einem Augen der Augen der ganzen Welt geht. Sie sagen, dass sie alles nicht stetsam sind. Ich sage, wenn sie die Mutter in der Situation sehen, dass sie mit ihren Augen lachen, mit ihren Augen sehen können, mit ihren Augen zu sagen, dass sie nicht nur stetsam sind in den ganzen Welt. und mit allen Seinen, jeder durchgang von unserem Leben, jeder in der Sonne, der Gaspen ist, der Rockmusik, der Ops, der Daunt. Gegen uns war die Schwarzste Tag. Gegen uns war die Schimpfers, der Verwursz. Verwursz bringt das so. Plötzlich nicht alles zusammen. Und mit Pushit hier, die Mula ist, ich schoue die Pini, mit Schöpfe, in die Schöpfe, in die Lachen. Und mit Norsam, wie sie mit ihm. Mit Norsam, es stehen ganzene Gruppen hier. Ganzene... Es stehen ganzene Kipjes in eine. Mit Stein pushen, mit Lachen. Also, ich muss das Röpfe, die Gäumen in die Schöpfe halten. Was ist das gleiche, wenn ich hier sage? Es gibt keine gute Schöpfe mit Malkius. Die Jäden haben immer die Leidste in der Welt. Mit jedem Mann liegen. Und die Gäumen schreien. Jeder liegt da. Ich meine... Hallo, come on. Take action. Hi Boon! Es sind viermal in der Welt. Es ist schon kassiert. Es ist schon kassiert. Es ist schon kassiert, ne? Es ist einfach nicht mehr. Wir lachen nicht mit Lachen. Wir lachen auf jedem Weid. Mit Stein. Immerhin bin ich mit Lachen. Es ist schon kassiert. Ich bin jemand zu Need. Ich bin jemanden, Na readers und Ze sterben. Ich bin jemanden, es ist ein Teil der Welt. Es ist schon kassiert. Er lachen nicht halt. Es ist ein Lachen. Es kommt jetzt über dem Menschen. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden, Patrick. Ich bin jemanden, Mensch. und auch uns über Gilles und das ist Es ist das hier in der Jungs der Welt auf den Jungs ist, was das hier in der Jungs die Jungs ist da, als viel da, wenn sie nicht sind im Glück alle haben die Gronkhil von der Jungs und man kann es sagen, es dauert eine Zeit Wir sehen damals bei Kriegsjamm so viel, aber wir können es jetzt sehen auf sich. Ich verstehe nicht von uns, sondern wir sehen uns das ganze Puzzle. Aber wenn wir kennen, Petrus, was ich, als das ganze Leben in sich ausgerechnet auf die Horde. Das ist auch immer, wenn wir uns gesehen haben, das ganze Bild. Wir haben uns gelacht. Wir haben uns ein bisschen, ein paar Minuten zurück. Wir haben uns zwei Jahre zurück. Die Winterfahns sind jetzt in Covid, das ist zweieinhalb Jahre zurück. Wir gehen in Europa mit noch Menschen. Wir gehen auf die ganze Zeit, auf die ganze Zeit zurück. Wir gehen auf die ganze Zeit zurück. Wir gehen auf die ganze Zeit zurück in die Schweiz. Wir gehen auf die ganze Zeit zurück in New York. Wir gehen auf die letzte Flieger. Wir gehen auf die ganze Zeit zurück in der Schweiz. Wir gehen auf die ganze Zeit zurück in die Schweiz und in Zürich, und wir gehen auf die ganze Zeit zurück. Das war aber interessant, dass wir nicht immer noch ansonsten. Man fragt, dass nicht mehr Leute fliegen und nicht mehr mitgehalten. Das war eigentlich immer noch das Shortstop auf die Rallye. Wir gehen da hin und fahren einfach gleich weiter. Die Flieger-Hype-Tun, dann sagen wir uns gleich weiter. Das war der zweite Mal. Jeder hat das in den Kopf. Er hat mit dem Seelbel in den Kopf gesessen, er fanden die Seelbel in den Kopf. Er hat sich in die Seelbeln gewohnt, ich weiß, wie ich auf die Show zitiert habe. Ich will ihn einfach so machen. Ich meine, ich will einen Seelbeln machen. Und der Maße hat das gezwungen, jetzt kam es an. Ein bisschen auf der Runway. Die Reise macht sich schnell, schnell, schnell. Aber der Break, als ich so, ich habe sie wieder auf keinen Knopf gepackt und ich gehe wieder auf der Tür zu gehen, ich gehe wieder auf die Tür zu weg und habe die Tür zu verstanden. Die Co-Pilot kam dann auf der Tür zu rüber auf der Tür zu gehen. Die ganze Heile, die Ozeiden versteht sich. Die ganze Heile, die ganze Heile ist hier, die Heile ist hier, oh nein, das wird explodiert, ich habe sie hier. Die letzten Tage, ich hatte noch ein Schnelles anzettet, Ich habe einen Päckchen gelegt, ich habe einen Durchgang im Screening mit einem Ausgeten und Ungeten. Ich gehe jetzt zurück jetzt. Ich komme zurück zu dem Himmel. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. So, warte, ich warte, was das hier ist. Da habe ich schon wieder so. Die meisten haben wir gestanden da unten an der Regierik, bei der Saat, von etwa eine halbe Schuhe. Als man sich nicht gerückt hat, dann ist er wieder mit dem Himmel. Eine halbe Schuhe hat sich zurückgedreut, erholt auf etwas Aroma da unten und es ist erholt. Später haben wir sie verteilt, als du auf Pugen geladen und durchgelegt, gibt es eine andere Seite, die Flieger haben wir so gesehen. Und er erzählt, was das ganze Geschichte ist, wie er geschaut hat. Ich meine nicht einige, es ist auch ein paar Leute, da war natürlich nicht da, es ist schwer gemacht, aber der Mann ist hier gewesen, der Flieger ist auf der Anwälte und er hat schnell auf der Koffe. Er hat ihn auf der Koffe. In derselben Zeit, er kommt an Flieger in der Lande auf der selben Anwälte. Sie halten, aber nicht vor einem Head-on. Das heißt, wir haben nicht vor einem Sand. Wenn zwei Flieger auf der Anwälte rutschen zusammen an der Koffe, das ist, wie ich meine, es ist ein Mann zum Beispiel, aber frei. Es ist ein Maler von der Eme, dass sie nicht mehr gezogen werden. Wir finden es selbst geschehen, es ist nicht mehr so mehr. Es ist over. Es ist explosiv. Also, Le Maße, es ist auch gestellte, die letzte Regen, die in der Kontrolle hat, es ist auch ganz gut. Es ist auch so, 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 wie es ist, sie haben zu lassen. Und es ist weggegangen, ist die letzte Regen, weil sie sitzen, der andere Flieger hat es umgezogen, weil sie gesehen haben, auch so, dass sie nicht mehr dragen haben, weil sie noch ein paar Minuten später machen. Und dann fliege ich gerade durch. Sie haben sie gesehen, wie sie fliege gerade durch. Wo waren sie? Durch die Haltung war sie gewöhnt. Wir haben gewartet. Lachen wir nicht mehr nach dem, als der gewartet. Können Sie sich etwas vorstellen, wie das Gefühl der Mensch in Kontrol zu halten, wenn er auf der Schrein steht, und er sieht, was er ausgeschenkt. Ja, er ist gestapt. Er ist einfach ungezogen. Er sieht auf der Schrein, wie er eine Fliege hat, um sie voeren, und er sieht, wie Fliege kann sie landen. Er sagt, die landen können gut nicht stehen, und er hat die Fliege versucht nach unten und er hat reingeschrieben mit allen Geuchers Stop! Ich weiß nicht, das ist in der Schweiz, da sucht man Stop, da sucht man Halte, aber er sucht auf Schweizerdeutsch. Er hat geschreit, er geht mit allen Geuchers, Halte! In der letzten Sekunde gestanden, er muss umgezogen, er kann das machen oder nicht. Und er sieht, wie er geht, er geht auf Stop, er geht auf die Fliege, ich bin sicher, er geht auf Schmeichel, wenn du bist. Ich weiß nicht, aber ich habe die Fliege in der Kontrolle, und ich habe die letzte Regel gesagt, ich habe die Fliege, ich habe das gefragt, ich muss in der Wasser schreiten. Ich habe die Fliege, ich habe die Fliege, ich habe die Fliege, ich habe die Fliege, ich habe die Fliege gebrochen, ich habe das geschossen, ich habe die Fliege gebrochen, ich werde das nicht darauf hingegen, ich habe die Fliege gebrochen, ich habe die Fliege gebrochen, sie spricht alles, umgezogen! und in der ganzen Platz. Und ich schreibe sie an den Stab und der Flugzeug macht den Stab und jeder hat sich aufsetzt in den Kopf und mein Herr rief das, und ich fuhre zurück zum Terminal und ich schreibe die ganze Zeit, und ich schreibe sie, 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 envirat' b. Ich schreibe sie, und ich schreibe sie. Zitril uns alle haben gefordert. Ich sch Heroin 당 участent, und ich schrebe sie und ich schreibe sie und ich schreibe sie, sie sind coach, alles klappt. Ich kiegem es nach so beaucoup und ich liege sie schon auf damen zu sch& Und ich schreiber sie die schreift das zu ihm, dann sagt er, Gott, Gott, er sagt, der weiß, wo ich herausfinde, das ist der beste, er sagt, er sagt, er sagt, kleine Menschen, verlau dich auf mich, alles rund und rief. Die Initiative ist angepflanzt, Sie kennen Steine bei Krise, Jamsu, wie ist das hier? Los! Aber damals sind es einmal gewissen, mit der Klugheit, die ärgste Miene, schwere Panik, und kennen die Geschwistern zuvor, aber es gibt eine pinkelige, ausgerechtete Sache. Ja, mein Vater, dann kommen wir jetzt hier, der nächste Heilig, von den Menschen, wie es kommt dann an in sein Leben. Es ist nur ein Heilig, was ich kann sagen, die praktische Heilig in unser Leben, ist es die meeste Praktische. Wenn Menschen sagen, okay, das scheint, das ist, das ist, der andere sagt, schau dir mal, es geht um zu suchen, aber es ist, es ist, es ist schwer, es ist schwer, es ist schwer, du hast so viel Schwierigkeiten, es ist das, du kommst aber ein paar, die geschehen, man geht in die Kik, dadurch, wenn man sich nicht bewandert, es ist, es ist, es ist, es ist schwer, es ist schwer, es ist nicht so schwer, du kommst aber an die Leute, die gesagt, man geht dann, es ist nicht so schwer, wenn man sich nicht mehr kennen, Sie kennen uns dich, davon kennen uns dich. Du bist nicht mit mir, ich bin nicht mit mir. Du bist ein Mensch, ich bin nicht mit mir. Es gibt zwei interessante Sachen, gerade sehr interessant, weil es stimmt, ich glaube in den kommenden Wochen, in der Pusik. Es gibt alles interessante, aber zwei Sachen, die man nicht in der Pusik bescheidet. Einige Sachen in der Maße. Wo wir immer schon bei Kirbis ab und wir nehmen die ganze Maße, die ganze Parche dort sind. Die ganze Parche, ich kann nicht mehr sagen, ich würde sagen, ich würde mal sagen, die ganze Parche dort sind, in der Mittwoch, es gibt keine Pusik, man sagt, die ganze Parche, die ganze Parche, die hier in der Mittwoch, die nicht in der Pusik, man sagt, die ganze Parche da mit dem den Parche, die haben diese Parche, Sie sagten, die sind, dass ihr hier in der Parche geteilt hat. Sie sagen, das ist, als erwachsenes Mensch, weint, dann weint. und du kannst nicht weinen. Hier ist dein Wein weg. Was ist? Fleisch! Also ich meine, ich will keine Nacht mit Fleisch zu beenden. Ich mache das bei Covid. Ich gehe wieder einen Stikel, das du weißt. Ich will nicht, ich will sein, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht die Fleisch. Ich will nicht, du hast ein bisschen Fleisch auf die Welt. Ich meine, dein Mann ist da ein schönes Wein. Aber weinst? Er meint nicht so weit. Und ich habe einen Busser. Und ich habe einen Busser gesagt, oh, kommt die Zekhania Sadogu, wer denkt noch, oh, 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 der Fisch in Mitzrayim, die Kishim, Squash, Schwarmel, Zwiebel, knapp, das hat sich gehandelt, das ist ein Schirm, aber zuhlem, und man sagt, man sagt, du sagst, der Zekhania Sadogu, es ist ein Neuchalb in Mitzrayim. Man sagt, du sagst, der Fisch ist ein Neuchalb, weil man es nicht ohne Neuchalb, die wird nicht mit dem Schirm essen. Und dann denkt man, man sagt, man sagt, man sagt, der Mann hat alle Tannen, der Mann hat alle Tannen, der Mann hat alle Tannen, man sagt, man sagt, das ist das Problem, Es gibt einen Mann, die errichtet, mit dem Fleisch fertig, die errichtet, was ist das Problem? Du kannst... Du kannst ja... ...warte, wenn du mit dem Ei bist, der Ei bist, und der Ei bist nicht geberst, weil du am Teumann hast, der Kalki, die Kalki, die Kalki, die Kalki, die Kalki, die Fleisch nicht geberst. Und du hast einen Mann, die die Kalki mit dem Ei bist, und du hast einen Kalki gefragt, wenn du mit dem Ei bist, was du mit dem Ei bist, warte. Es ist ein Heer, der in den Oelm sitzt, steht, ich lebe es nicht. Die ganze Sprüche steht, ich lebe es nicht raus. Die ganze Sprüche steht, ich lebe es nicht, ich lebe es nicht. Sie sind zusammen mit Fleisch. Die alten Nehmen zusammen mit Fleisch. Jetzt, Moshe meine kommt zum Eibischen und der Eibische sagt, ich kenne schon jemand, er sagt, weil er am Tömer ist, ich kenne die Mutter. Du kommst an die Maschine, die geschahle. Moshe meine fragt, ich verstehe nicht. Scheiße, meine jetzt eine Frage, wo ich euch bekehren soll. Warte, 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 was ich lebe. Wo ist » Was ich so? Sch吾 hab bei der Erbladeungen gesagt, ich mache mich Toy Dachalam. Auf der Engenge writes und ich lebe es nicht, nicht. Wenn hier kann, es auf jeden Tag ihr mit рук wahrnehmen, wenn es hel thiets ist, haben wir keine Probleme. Aber es wird mir mit유? Ja, es stimmt, ich lebe es nicht so. Ich habe trabe, ich habe Tömer gemacht. Ich frege pais auf ein Wort, Dann wird er vorbeizient, dass er die Schmerz ist. Und als er die Schmerz auf in der Welt so lebt, dann wird er so schade. Das ist ein Problem, die ich nicht mehr auf der Welt wusste. Das ist ein Problem, das erzielt. Das ist ein Problem, das erzielt, das erzielt, dass er sich nicht mehr mit der Sinai erzielt. Das erzielt von der Welt. Das erzielt von der Welt. Und das erzielt von der Welt, er braucht die Schmerz. Einmal gehört mit dem Soldat gerade, ein Mal gehört von der Interessante Ausdruck, Ich weiß es nicht, ich kann es auch schon mal suchen, aber ich weiß es nicht. Ich habe auch noch weiß, ob es auch noch nicht so ist. Aber er wurde noch mal auf die Strecke, die ich in die US-Armee sah, und sie sagte mir, die luckiest day in his life ist. Wenn ich in die Glicklitzung... Ich sage mir, ich sage mir, die luckiest day in his life ist. Ich dachte, ich habe es in die West Point gesagt, es war die Tag, dass ich in die Navy-Seal was. Ich sage mir, dass 15.000 Soldaten in West Point sind, dass ich in 2015 war, Ich habe die erste, die wir mit dem Ausgriffen vier nehmen, eine mit drei. Die vier sind nicht wahr, ich habe sie zu wenig, ich habe sie zu wenig, ich habe sie zu wenig, in den Navy SEALs, ich dachte mir, 110 in jeder Sicht. Ungefähr, emotional, physisch, die ganze Menschen, die Köpfe, alles zusammen, ich habe sie zu viel, ich habe sie zufrieden, ich habe sie zu wenig, 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 Ich habe alle vier gemacht, ich habe nicht nur einen, sondern alle vier. Ich habe alle geflogen, nur noch zwei Wochen, noch vier Wochen, noch sechs Wochen, und ich habe nicht durchgemacht die Unheil. Die ersten zwei geduschen, ich habe nicht durchgemacht die Panningerei dort. Ich habe noch einen Wert in der Acceptation, ist du eins von hinten, dann macht das durch. Das ist eine extra Sache. Das ist ein Verhalten der Lockiest, was heißt das Lockiest Day? Das heißt, er ist Acceptation in die Navy Seal. Er ist Acceptation in die Navy Seal. Er sagt, er ist die gelungenste. Jetzt stellt euch vor, einer ist die andere in der Navy Seal. Er ist die starke Sache. Und er hat getraint, er ging in ein paar Jugendtraining. Es gibt eine Masse, ich komme. Und er liegt jetzt. Wie schaust du? Es geht. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Und ich komme, ich komme, mir zurückbe Ère wille Ich weiß nicht, wie ich gehen kann. Ich habe mich erzählt, dass ich in der Golf war. Ich habe mich auf dem Front gearbeitet. Ich habe mich gefragt, ob ich mich da mischen darf. Welche Aufgabe ist die gedient? Ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht aufgeben. Warum sollte ich nicht aufgeben? Ich kann nicht aufgeben. Ich kann nicht aufgeben, ich kann aufgeben. Ich kann nicht aufgeben. Ich bin in der Осetzung des Zandalls. Ich hab' alle Soldaten und habe mich sauber genannt. Ich habe einen吃 numerisch gekickt. Wir hatten den Landerdienst und ich hab' den Landerdienst. Ich hab' den Landerdienst. Ich habe eben das Landerdienst. Ich dachte, ich kann mir mal auflegen. So muss ich das Landerdienst haben. Es hat mich in der Landerdienst. Aber ich habe den Landerdienst zu helfen. Ich habe那個 Landerdienst. Ich hab' mich gefragt. Was meint ihr? Ein armer Schiff. Sieben Stock. Über 2.000 Soldiers. 2.000 Schuhe, nur für den Land. In Amerika haben es gerade 600.000 Schuhe. Aber auf Keh nehmen für 600.000 Menschen Kleider. Nicht kein Gewehr. Nur die Kleider. Zerrissen, ziehen ein, waschen, Keh nehmen, 2.000 Schuhe umgehalten fest. Steigst du weinst. In Amerika hat man jede medaille. Jede medaille. Jeder wird acceptiert. Die Diskriminierung ist immer ein. Groß, klein, schwarz, was. Aber wer geht von dem Job? Dort wird es auch. Ich kann etwas sagen. Ich bin auf der Fronten. Ich bin auf der Fronten. Ich bin auf der Fronten. Ich bin auf der Schiff. Ich bin vom 2. Stock. Dann bin ich vom 3. Ich hab denlusive 25. Dann ist er einer Dreier. Das Soldaten. Die sind beim US-Armer. Und ich sagte, ich habe, wir nehmen den Navy SEAL. Wir nehmen den Navy SEAL. Dann sagen wir, wir verschreiben eine neue Seite. Wir haben das getan. Nun, wo ist mein Job? Laundry. Laundry. Hier? Natürlich. Nein, wie ist hier? Laundry. Was macht ihr letztes Mal, dass die Arbeit so schwer ist? Ich gebe euch eine Pause. Easy job. Du hast die Laundry. Ich war ein altes Mensch. Ich verstehe nicht. Warum? Schick mich gar nicht in meinem Leben. Schick mich gar nicht dort. Schick mich gar nicht in den Schwestern. Ich habe mich getrennt von ihm. Ich habe mich gemacht von ihm. Er kann sich nicht in meinem Leben gehen. Ich sage mich auch als Mensch! Und ich weiß nicht die Weine. Das heißt weine. Ich sage nicht, ich bin nicht in meinem Leben gelaufen. Ich bin getrennt von ihm. Jetzt muss ich auf dem compacten Geist. erschicken wir nach dem ins Leben. Da ist es in Pakistan, wenn wir vor dem Land nach diesem Leben noch dort und dort schauen. Das ist ein altes Mal von dem Land. Letztens ein Heimat und das ist noch etwas wie Salami. Aber in einem anderen Sohn wie ein Haare, Schick mich heran. Geh mich die schwerste Mischung. Sie verstehen am Maschi. Wieso ist es gespielt damals? Jetzt sitzen wir mit mir. Von dem sind wir auf der Welt. Was ist das? Man sitzt, man ist ein Mann. Man hat keinen Schimmel in sich. Man hat keinen Schimmel in sich. Man hat keinen Schimmel in sich. Man macht einen Schimmel. Was ist das für Jesus? Man macht einen Schimmel, der er glaubt, eine Ersatzung. Man macht einen Schimmel, der sie schimmel. Man macht einen Schimmel, der sie in der Service hat und das noch nicht macht einen Schimmel. In Mitzrayim am Gatavos, die sind essen und man wird noch arbeiten. Wir haben nicht gegessen. Sie müssen arbeiten und nehmen sich anhalten. Das ist ein schönes Geheimnis. Das ist ein schönes Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Von dem haben wir uns gebeten. Wenn wir uns weinen, was meinst du? Ich habe gesagt, ich gebe Fleisch. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, man schäuckt, ich habe kein Fleisch aus dem Dest aus dem Meer. Aber ich habe mich gefragt, wo ist der dispositiv? Ich habe kein Fleisch gewonnen durch les paar Leben. Ich sage das selber als Übung. Ich habe kein Fleisch zu essen können. Wenn ich etwas aus dem Leben euch nicht emprest, wenn ich das nicht nehme. Es kommt kein Fleisch сейчас. Wie ist das? Ich kann ihn nicht in den Trick. Vurteilten habe ich gesagt, jetzt leben wir durch partie das Fleisch. Einmal. Nein. Ich will es nicht. Wir springen ein bisschen weiter und uns zusammenstellen bei uns. Das ist ein Haft. Du bist nicht. Du bist nicht mit Jeden. Wir haben uns gebeten. Wir haben uns gebeten von uns. Ein bisschen später. Aber wir haben nachher gesagt, dass er toll ist von ihm. Schick mir mir das. Er kam mir mit den Kindern ein paar Mal aus. Aber wir haben uns gebeten, dass ein paar Mal aus dem Tag. Die Zeit haben uns gebeten. Die Zeit haben uns gebeten, dass wir die Leute hier sind. Die Leute sind hier oben. Die sind hier oben, die sind hier oben gekommen. Die Nacht, die gibt es auf einer Reihe. Was ist? Da kommt die ganze Barsch von Maraglen. Was ist das? Die Maraglen kommen nun, die sind von den Resten. Aber die sind geschickt. Alles ist auch schön. Ich bin in der Sienf und in der Liesruhe. Die kommen nun zurück. Das ist ein sehr gut, sie ist so gut wie es war, sie essen können sie einfach mal auswählen. Hier ist noch ein Ratschund und alles. Die meisten Jäden sind alleine bei, sie leben in Dammzwelle. Die Krise haben alles in den Welt. Plötzlich kam er mit dem Rügel und sagte, sie haben einen Rösen- und Milgramm mit einer Farbe, mit einer Tröne, in ganz, wie man hier in der Tatum wohnt. Sie stehen nur so, dass du dich allein bist. Kannst du dir vorstellen? 600.000 Menschen, nur die Männer, bloß die Kinder in den Frauen. Stein, und man weint auf dem Koller, die ganze Nacht. Sie sind schon dasselbe. Und ich sage, Mildron! Mildron! Wie gesagt, ich bin normal, was ist? Und ich sage, nein, zwei Wochen, heute, sie sagen, sie sagen, sie sagen, nein, Kichuze, 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 Kichuze. Kichuze Kichuze, Kichuze, Kichuze. Und Sie sprechen M Cambior, es sagt, Mroeren, Kichuze乐, Kichuze Kichuze. Ok我觉得 nie ist, der andere würde es worauflos wie wer denkt, eine flowsgemeinde Scheren Sie säker still, sie berührt die sicher협チristen. Sie sagen, wenn Sie Kichuze ördet. Dasようbel dado. AttAMsch bereitet, es trnit sich aus, Administration Gela, als ein Land, wo ein Kohl drüber gehst, und man sieht, wie die Menschen aussehen, anscheinend mit uns. Ausgezeugen, Schäber, Bach, was ist das los? In einem Asamen gehst du und sie sagten, wir müssen das nicht durchmachen. Wir müssen das nicht durchmachen. Auf dem Tag haben sie gesehen, dass sie nicht so lange zurück sind. Ein bisschen Fleisch hat der Kalal Israel nicht durchgemacht. Ein bisschen Fleisch. Wir müssen das nicht durchgemacht. Wir müssen nicht weinen, wir müssen nicht weinen. Wir müssen sagen, denn das Gehundnis dort ist ziemlich stark. Sie stärken wie die Gaufe. Wie die Heilige der Kabe, die die Haare, die Möches, die Adam ist eingelagt. Ich kenne es nicht aus. Aber jetzt kann der Mensch sagen, ich hab das nicht. Ich kenne es nicht. Sie sagen, Herr Schäber, ich kenne es nicht. Sie sagen, ich kenne es nicht. 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 wann ich komme zum Recherchieren? Er ist nicht. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Ich habe den Bruder Sagaim. Ich habe keine Chance. Ich kenne dich. Denn das ist nicht so. In der Küche. Sie haben es geweiht dort. Lass uns das machen. Ein Schaum mit der Frau und der Kinder. Wir können es auch nicht machen. Wir können keinen Halt von dem Ashtib dort. Oh, Wax, Nasam, Mime, Gischem, die Muckam. Ehrits und Echelis, Jeschwe. Ein Platz ist ungeleicht. Wir können es machen. Das kann man nicht mehr machen. In anderen Werte ist es sehr lecker, aber nicht zu reichen, das heißt nicht zu reichen, aber nicht zu reichen, ein bisschen früher, ich gehe in den Passchiff in die Salvitale, ein bisschen zu reichen, ein bisschen später, wenn wir das machen, wenn man das nicht kennt, wenn man das nicht kennt, wenn man das nicht kennt, wenn wir das machen, 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 das ist 100% gerecht. Die Menschen haben keinen Tag, weil sie noch nicht mehr wollen. Die Welt weiß, wenn du aber wirst, dass jeder so klein ist, wenn man alle vor dem Essen geht, dann geht es der Tag von ihm. Wie viel ist die Tag von ihm? Aber lasst mir nicht an dich an, das ist eines, aber es geht beide Wegen. Wenn die hohe Informationen in den Sommer in die Küche ist, er geht nicht weinige wie man darf, aber eins sagt auch nicht. Er geht nicht mehr wie man darf auch nicht. Aber jetzt ist es dämmel wie man darf es. Er geht nicht in die Küche, für die Schwierigkeiten für morgen und nicht für nechtern. Wie viele von ihnen sind, wie viele von ihnen sind, wie viele von ihnen sind, sind mit der Schule eine schwierige Zeit. Und verzeihung ist, ich weiß nicht, wie ich mich auf das machen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich kann machen. Er hat keine Ahnung. Er hat das gemacht. Er hat dämmel in die Küche gemacht. Er hat mitgegossen. Ein Stück später, aber nicht später. Wo geht es auch morgen? Wo geht es auch? Wo geht es auch weiter? Es kommt in die Küche. Wie soll ich das machen? Auf der Hand der Küche. Aber wie soll ich das machen? Er hat das gemacht. 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 Die Jäden sind gestanden in Middłych. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht. Es ist nicht gerecht. Aber wenn man hierher kommt, dann muss man hierher kommen. Wenn man hierher kommt, jetzt kommt man mit der Küche. Man kann sich in so viele Plätze sein in ihrem Leben. Viele Menschen sagen, wenn man sich die Regen anschaut, wenn man sich die Regen anschaut, wo ist der Plan noch weiter? Warte, man kann man einen Plan machen, technisch. Aber wenn man sich die Tage anschaut, mit der ... Man kann sich nicht, ich weiß, ich werde es machen. Wenn man jetzt, ich kann das Handeln machen, ich kann das auch machen. Aber morgen, ganz gut. Die Winter, ich habe das viele Dinge gemacht. Ich meine, es ist alles im Mittens an. Ich habe meine Kinder noch mal Sachen gekauft, ich kann mich alleine übernehmen von ihnen. Ich habe sie auch in den Längen gelegt, ich habe sie gelegt, ich habe sie nicht gewusst, ich habe es gewusst, ob ich zu den Sachen zu suchen. Wenn sie das tun, ich habe die Tage ... In der Zeit habe ich in ganz Europa geholfen. In ganz Europa geholfen. Nicht nur in Europa, in ganz Europa. Ich habe mich in ganz Europa geholfen, aber ich bin noch in der Anziehung, wo es heißt, Footsteps, aber ich bin nicht bekannt mit ihm. In der Zeit habe ich gesagt, in ganz Europa geholfen. In der Zeit habe ich gesagt, bitte. In der Zeit habe ich gesagt, ich sitze mit Geld, mit Koyechen, mit Leute, mit Psychiatristen, mit alles. Sie helfen und sie geben allen meine Einheiten. Ich sage, Mama ist mit Takke, ich sage jeden Tag, Sie machen, ich habe jeden was für dort. Und dann kam ich dort. Die Mama mit der Kinder, ich sagte, Mama ist ein Schiff. Und in einer Ingel, ich sage jetzt 11, ich habe noch 1, 2,5 Jahre. Aber ich sage, visitations. das ist gerade eine Nachrichtige, das ist eine Sache, jeder Kind soll kennen die Tate. Die Tate hat die Kinder jeden zweiten Schabes. Jeden Schabes hat die Kinder, jede Woche, jede Woche, nimmt die Kinder für ein paar Schuhe, und jede zweite Schabes nimmt die Kinder. Das geht schon, der Kind geht. Und dann nimmt die Kinder mit sich. Das ist schön, wenn er nicht wie er drückt, um alles, was er gießt, als er annehmen. Aber die Kinder hält sich. Kannst du verstehen? Nein. Das ist ein Fakt. In der Zeitung, in der Zeitung, die Kinder haben die Kinder, die Kinder zu essen, und die Kinder zu essen, und die Kinder zu essen, und die Kinder zu essen, weil sie nicht verlieren können, weil sie sich die Kinder zu stellen, und sie nicht verlieren können. Aber sie sind sicher. Ich meine, schon einige, halb jubelig zurück. Jetzt, der Anfang der Winter, ich war, das ist eine Arbeit dort, und ich wollte es, er machte, 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 er machte. Andere, Menschen mit seinen Kindern, die Onkel von Bremerschen, können zu arbeiten, die Influenzen, in Bremererschen, auf alle Wegen, die kennen, die Kinder, rübergewinnen, die Kinder nach hinten, mit alle Wegen Meine conte, will ich da hin, nicht in unsere Hue, noch zehn, zwölf von allen, wie ich mit seinen Kindern, und dann, er machte die Kinder, nicht in dieser Jr. Die bin gesetzt, was er in vacui, Man hat gesagt es ist schon, dass er ein loaner AnwesIO, aber es ist also ein bisschen. Es gab zwei Kassen, ich hatte gleich noch einungsgesucht. Ich wollte doch mal schauen, ich habe mir erzählt, dass wir einfach weiter sind. Man sieht es nicht ohne Beine, ich lach. Man sieht es nicht ohne Beine. Ich sagte mir alles, es ist ein bisschen ohne Beine mit allen Wegen. Come on. Why is so sad? Ich dachte es war so glücklich. Ich dachte es war so ein Bier. Bist du, wenn du mit meinem Mann bist? Ich bin der Mann mit meinem Mann, wenn du in diesem Platz hast? Ich bin gleich der Arbeit auf der anderen Seite. Ich bin gleich der Arbeit und ich bin gleich der Arbeit und ich bin der Vater, die kann dir sagen, wie du bist. Die kann dir sagen, wie du bist, die kann dir sagen, ehrlich. Und sie sagen, geht, geht nicht, helfe dich auf den anderen. Man hat uns gleich der Chabbes gegessen, man trug dich in der Schule. Ich sage, geht. Aber immer, it's a choice. Du weißt, wir leben einfach als ein Päne. Ich hab das viele Befehlens. Du weißt von uns. Weil, du bist verbittert wegen der Taten. Die Tate hat gechustet. Die ist gechustet, er ist gechustet. Wenn man das umfang verstanden hat, hat man keine Gebetrechte geschöpfen, blablabla so. Man versteht, die Tate sagt, die sind alle Menschen so gut. Die sind so nett. Die sind so nett. Die sind so nett. Die sind echt großartig. So ist nicht dein Lifestyle. So haben wir seine Lieden nicht geschaffen. Als das versteht, wenn man das nicht versteht, kann man das einfach sagen. Jeder versteht wie das geht. Aber das ist der erste Spalt da. Und dann hat man das in der nächsten Spalt. Und dann sieht man Albert, auf die Kinder liegt da unten, auf ganz Schabbes. Auf geht der Anstrengung. Die mission die ich habe, kann ich ihm pushen. Das ist die Sorgen für dich. Das ist die Sorgen für dich. Das ist die Sorgen für dich. Komm an, cheer up! Laat freilich! Versteht dich, versteht sei! Dann habe ich gesagt... Die Kinder hat die gegossen, die gegossen, die gegossen, die ganz... So, und dann geht. Und dann schaaf das Kind nach Hause gefühlt. Dann kommt man... der nächste Mittwoch, als das Kind aufgepickt, die Kinder, die Kinder mit der Anikah, und dann sagt man, nun, das ist die Botee, es geht ruhigerer Tee jetzt, und dann gibt es mehr Geschmack, so, es geht ruhiger nach Hause, in der Stil. aber... du hastuel... da ist auch noch etwas Hilfe. Es geht ruhiger. Von den Schrauben... wie heißt die Kinder... einfach nicht... aber das ist okay. Ich hoffe es... nein... ich meine, keinem wille, ich will nicht hin, einfach mal so... ich hoffe es noch was... es geht ruhiger, es geht ruhiger, es geht ruhiger... und dann, du wirst noch das zweite Nauch... und dann, du wirst auch auch verstanden sein... Ich habe mit einem Plätz von 10,5 Jahren gelegt Ich habe ihn mit dem Platzassoci genannt und schreis da. Ich sagte ihm, was du liebst? Ich sagte ihm, wie ist das so gut? Das Deutsche, die Friemann am Milch an den Spiel des Heiligen Fall und er hatte gegenüber dem Königskopf Ich dachte ihm, was du liebst? Ich weiß nicht, was ich bin. Es ist ein Mensch, das ist ein Mensch. Er hat nicht erzählt, geht es mit dich. Er geht nicht. Ich bin ein neues Päsel. Ich kann nicht mehr in den Köppen machen. Die Kinder, die man mit den Taten hat, die Rez hat man einen ganzen Schabbes in den Kopf. Feine Menschen, feine Menschen. Jetzt schnaht es auf den Kopf. Jetzt ist kein Schabbes, der Käufer in ganze Masse. Jetzt ist das Kopf. Ich weiß nicht, was die Rez hat. Die Mama hat mich gefragt, wer hat dich das gesucht? Wie nehmst du das? Die Mama hat mich gefragt, wer hat dich das gesucht? Wer hat dich umgekehrt für das? Wer hat dich umgekehrt für das Sache? Das schockt noch so viel, wenn man hier sagt, man lebt in einer Welt, wenn man so viele Menschen ist. Da hinsichtlich. Ein Kind muss ich mitnehmen. Die Kinder können den Vater nehmen, die wird ihm später mittelgen und dann weiß man nicht. Aber wenn sie ein Kind mitnehmen. Wenn man hier mitnehmen will, ist man so, ist sie weggegangen. Eine Frau hat mich gesagt, warum hat mich so schwer ist? Wir treffen uns alle, wir treffen sich hier. Wir sind in unserem Leben, als ob wir moe sind. Ein anderes Wort hier. Was ist ausgerechnet, was das Eiweinste gettet, ist auf der Hoer. Amaschie weniger ist sie wenig. Amaschie mehr, was man nicht gekannt hat. Aber was man hat, kämen. Die kämen die gewachen. Man hat ein Eiwein aus Hoeren. Die Luschnapus, ich schlucht aus der Rechendus schnelle Ei, die alle steht. Ich schlucht aus dem Baimitburg, 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 Baimitburg. Und das macht mich so einfach. Das ist jetzt schon so, dass Pür am Teufel im Luschen befest. Das heißt, Pür am Main, am Rai in dem Laaglin. und Teufel im Luschen dieses Menschen befest. Das heißt, es ist jetzt ein Brudiger. Wie ist die Bein? Wir spielen in Mittburg, Amroo, Moshef. Wenn wir stehen weinen. Und Pür am Teufel im Luschen. Was ist die Bein? Bein, Pür am und Teufel im Luschen. Es ist zwischen den zwei. Im Buhren, ich weiß nicht, ich kann nicht aushalten das. Im Teufel, ich weiß nicht, es ist Zeit zu trinken. Geben uns ein bisschen mehr. Challenge auch ein bisschen mehr. Es ist ein Bordeleben. Bein meint, in seinem ganzen Leben ist ausgestellt pink in der Mitte. Sie ist nicht amaschig, sie weinig, sie ist nicht amaschig. Sie sagt, es ist auf der Hure. Jede Breckel. Wenn ein Mensch hat das hier, und jetzt kommen sie umfangen, sie arbeiten, sie kasseln und heranbringen in seinem Leben. Jede Hure, was ist ungegreift, jede Breckel, ist ausgeplant auf der Hure. Jetzt soll man nicht sagen, es ist schwer, nicht verbewusst. Nicht verbewusst ist, amaschig ist schwer, amaschig ist weinig, wo es kenne sich an. Alle Sachen. Wenn man nimmt den Matzeb, Kamoysshehi, weil die Tani schreibt, weil die Tani in Mamur und Gizur, man hat tatsächlich gefragt, es ist auch so viele Chasen in Gesaydi. Die Chasen hat ihn gesagt, man hat es gesehen auf ihm, wenn die Kinder auf ihm gesehen, wenn man denkt, man geht 40 Jahre lang, man geht in seine Drusche, man kann einzeln nicht ziehen, man geht in seine Drusche, und man geht in den letzten halben Jahren in seinem Leben, man hat das schon nicht gekannt. Ich hatte die bittere Macht in den Hals, es ging ganz zu vermitteln. Ich konnte schlingen, ich konnte essen, ich konnte trinken, ich konnte reden. Und wir sitzen da so, eine halbe Jahre mit Haza, aber immer noch sowieso, wenn man lange sagt, ich habe mir gehört, vor allem, man hat keinen Spaß, wenn man erlacht hat und gordreht, man lernt, man hat einen Lachen zu bekommen, man findet, man findet so viel Spaß, wie toll, wie gründig, wie unendlich. Die Menschen kochen, die Sachen hervorragend. Gewлон, man hört etwas, man hört sich immer wieder. Man hört sich die P senselle, man hört sich immer wieder, ich kann einen kleinen Halsen zu haben, aber das war kein greener Name, die Tani führt aber nur eine Alui, die Tani führt einfach nur eine Alui. Wenn man das noch klingt, dann hat man das einfach nur eine Mordung, aber man hat das einfach nur eine Mordung. Das ist nur zwei Bänder, aber das ist nur eine Mordung, die man mit einem Stückchen auf die Schalme sagt, das ist ein paar Jahre alt. Das ist ein ganzes Rieschen, das ist schon ein paar Jahre alt. Aber wenn man die Kinder dort rauskommt, dann sagt er, der Mensch nimmt uns die Schwierigkeit. Und er sagt, er nimmt uns bei uns. Und er sagt, es geht. Wenn man das so gemacht hat, dann hat man das so gemacht, das ist ein gewaltiges Mekabel. Man konnte nicht sagen, dass man sich mit einem Nefisch anziehen kann. Das ist ein Nefisch. Später geht der Reben und sagt, mal die Kotel, mal die Kotel, mal die Kotel, mal die Kotel. Eine kleine Brecke, aber es geht schwer. Er sagt, dass für mehr als 50 Jahre sitzen, in Haufen beteuern, bei Mitzwes Lischmau. Was man von 57 Jahren? Ich habe nicht gehört, ich würde sagen, wenn man das so gemacht hat, was man sagt, was man sagt. Was man sagt, was man sagt, was man sagt, was man sagt, wenn man sagt, was man sagt, was man sagt, das ist ein Lieblingswort. Man sagt, es ist ein grosser Mensch, es geht, jetzt haben wir die Kotel, die Kotel, die wir mit einem Menschen, die das ist der Beste, und zwei, als wir wirklich mit dem Kotel nicht anziehen, nicht an dem Morgen, Ich weiß, das ist nicht lange weg, von der Jungs zurück, Man sieht einfach ein paar Volk, die es schon wieder einmal umgekürt ist, 10 Minuten in der Kasse, aber nicht. Und ich muss mich ganz schicken mit sagen, ich kenne einen Mann, und ich muss wüssten und ich weiß nicht, dass ich mich beide nicht mehr mit, mit einer starken Mannschaft und Strecke. Aber es ist eine Maschine, die gesagt hat, ich muss kommen in ein paar Wochen später, aber ich rät sie es an Taten. Ich brachte die Brache und schwebte die Schwulen. Ich kann nicht essen. Ich kann nicht schlucken. sie haben es richtig, und es ist ein anzienem. Die ist auch ein anzienemes Durf, wie ist es, wir sind ein anzienemes Durf. Wieso? Wie hat sie damals mit ihren Körper? Das hat nicht in den Körper. Die hat sie als ein Dentist, die arbeitet auf das Kind, und die Arbeit auf das Kind ist, nicht auf Augen Weise, was aber das Kind ist, das Kind ist, und das Kind ist auch noch auf der Arbeit, was mal wird mit ihm den hohen denn das ist wenn sie kippen die das die erste ist auch in einem der zagen dass sie die beste was kann sein mit mittig ein als wir sie für johan holde klogen zwar den sommer ist bei kimmendemmelt weil die member ist was so is jenig kiefer zagen sagen sie haben in die bläde in mit dem haben es ist bis an die wir selber kommen schon bekoeien sehen dass die moelle schrug pini was also gewandt ihr lachen wenn mit 3 kicken mit denen das ist Ich möchte das Schaar besser auf der Welt. Wir können die Kultus, die Bier, die Kirche, die Kirche sind, die Kirche nicht, die Meere nicht. Oh mein Gott. Ich möchte mich stark bedanken, Herr Rabe Gunn, der Welt zu beschleiten, für die gewaltige Schule, für die warme Werte, für die Schöne, für die Heilige Sonne, die Keine und für die Kirche sind. Aber ich möchte die Kirche und die Kirche nicht mehr.